Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Leg doch mal die Waffe aus der Hand. So. Ab zu Dutch oder Maika oder wem auch immer jetzt. Also Endspurk, Endspurk. Nein nein nein. Lauf Pferd, lauf, lauf doch, lauf doch. Was ist los mit hier? Boah. Scheiß Puma. Boah. Scheiß Puma. Ach, was war ich denn da? Ähm. Zack. Zack. Also Fanai Puma schon so blöd ist uns anzugreifen. Zack. So. Hier gehen wir online. Ach. Du hast du nicht. Das kommt. Oh. D ATTENTIFELOCK. D ATTENTIFELOCK. DRIGHT. DARK. 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 Ja. Ich könnte wetten, wenn der Minenarbeiter ist, den müssen wir verprügeln. Was können wir später machen? Das ist richtig wichtig jetzt. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Diese scheiß Nebenaufgaben. Man will sie machen, aber man will die Hauptstory sehen und hören. Alles. Man will wissen, wie es einfach weitergeht. Gerade mit der Krankheit von Arthur. Ja. 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 Und jetzt geht's weiter nach dem Wasser. Oh, leave Cornwall alone. Er ist nicht. Wir brauchen Geld. Aber Revenger? Jetzt? Natürlich ist es für Geld. Komm schon, Arthur. Das besser wäre kein dummer Revenger-Mission, Dutch. Es ist nicht wert. Oh, Arthur. Es ist nur ein einfaches soziales Telefonnummer. Oh, hehehehe. Any minds? So, what are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, is his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't bribe, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he... He won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal. Some noise. And then we're gone. Cornwall's boat is arriving at dawn. We waited out here. Here. Get down behind these crates so no one sees us. What are you doing? Get back! What are you doing? Get back! Arthur, you're going to blow our cover. Will you get out of sight? I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This van der Linde robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Can't, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no. I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me, Dutch van der Linde. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Dinsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Dinsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Folk feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir. Not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. And you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000 and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your land. No noise, Arthur. No noise. No noise. You screwed up. Dude,'s out of here. She didn't hit him anymore. I can't see it. I can't see it, no Quattrom. Dark of Hell. I didn't kill you. That's right. Let's find him. And you did. Be right away from troverbs. You lost your Mia. They weren't厘modus,люч. It hurt you. Let's hide him and start off here. Here we go. This monster, and chapter, Ty, and I have a good plan. Ah, this traumatic mistake. Wieso wackelt das denn so? Schon besser. Äh, der schießt wie der Schroffwind von da oben? Was ist das denn für ein bisschen was? Was ist denn da hoch? Was ist das? Das war's. 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 Ah, sorry. So, ähm, vielleicht doch lieber die Bopfen rein. Na, toll. Ich glaube sowieso, dass er uns doch alle bescheißen wird. Okay. Ich glaube nicht, ich schieße hier immer die Bopfen runter. Ich glaube nicht, ich schieße. Ich glaube nicht, ich schieße. Ich glaube nicht, ich schieße. Ich gehe nicht, ich gehe. Ich gehe nur die Hörer, Morgan. Ich gehe, ich gehe. 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 Ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe nicht mehr, die Bopfen. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe nicht mehr zu. Ich gehe, ich gehe. I'm through the river! Look up, fellas! They're still coming! Shoot the bastards! Look back, we've lost them! Now, maybe. With that, there really didn't have a mission, man. Cornwall was shot now. It feels like the whole world's closing in on us. Dutch! It won't be long before they find where we're hiding out now. Especially if we ain't exactly hiding out! We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisberg Mines to Sandiné to resell. And there's bombs at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah, you look into this dynamite, take Bill, I guess, Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Micah, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Blacklung. Let's split up. We'll meet up back at camp. This is crazy. This is a very strong use. And we don't have enough oil. It's funny. First we had tons of it and now nothing more. Yeah, it's... Oh. I thought... I think there's a way back at the end. Well, I believe that he's on the way. What do we do next time? Let's do it again. Ich weiß, dass es ist, aber ich kann nicht aufhören, nein, ich kann nicht. Ich... Ich... Ich bin sehr verabundet, sehr verabundet. Ich habe... für eine Nachfrage. Und er hat mir den ganzen Welt gegeben. Aber kein Signal kann ich verstehen. All diese... All diese Leute, und keiner von ihnen recht ist. Das ist sehr frustrierend. Der ganze Welt... Das war nicht genug? Nein! Das war nicht genug. Das war nicht genug für alle. Das ist ein Problem. Ich bin... Ich bin... Ich bin so... Ich bin so schuldig. Ich... Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Puh. Ich bin so schuldig. Ich konnte nicht wieder nach links oder rechts steuern. Das Pferd pf... Das Pferd pf... all meine Pferde haben eine andere Waffe. Ich chyba auch kein Pferd. Zuerst du das pf... Lackenschein und pompierst. Mi. footen Pferd. Reverence. Reverend, bist du okay, Mr. Morgan? Ich weiß nicht, Reverend. Es sind die Zeit für alle von uns. Ja, sehr Herausforderung. Du bist nicht selbst, insofern. Ich habe immer das Gefühl, ich habe die Morphine verlassen, Herr. Arthur, Reverend Swanson, würde ich uns ein bisschen entschuldigen? Natürlich. Natürlich. New York. Wir gehen nach New York. Jetzt haben sie uns geschaut, Süd, Süd und Süd. Wir werden ein Boot, wir werden auf eine Riefer, und wir werden nach Norden. New York. Dann Tahiti, die Fiji-Illands, oder dieses Ort, New Guinea. Danzen, Frauen, Freiheit. Aber erst einmal müssen wir ein ganzes Schmuck machen, ein ganzes Schmuck machen. Und dann, wir gehen. Wir brauchen mehr Schmuck machen. Ein Schmuck, und ein ganzes Schmuck, ein ganzes Schmuck. Wir sind nicht so gut an den Schmuck machen, Deutsch. Du fühlst dich gut, Arthur? Ja, gut. Entschuldigung, ich habe mich zu unterhalten. Ich habe einen Freund, Arthur. Hallo. Hallo. Deutsch, das ist Eagle Flies. Er ist ein großer Schmuck. Charles und ich, wir sind. Wir haben einen Schmuck. Er hat mir einen tollen Schmuck gemacht. Deutsch, Vandalin. Wie geht's dir? Nicht gut, Herr. Ich bin froh, dass du das hörst. Wie ist dein Vater? Mein Vater hat mich verletzt. Wisdom mit Schmuck. Seine Leute, meine Leute. Wir haben zu viel zu viel. Wir haben zu viel zu viel zu verletzten. Jetzt haben sie unsere Horses genommen. Wer? Die Infanterie-Division posten in Fort Wallis. Warum? Colonel Favors ist ein leger und ein leger. Diese Menschen werden nicht stoppen, bis wir alle sterben sind. Without Horses, wir können nicht hunten. Without hunting, wir werden sterben. Das ist ein anderes Akt der Krieg. Ich sehe das. Ich bin froh, dass du das nicht schaffst. Ich habe Geld. Du hast dein Geld weg, Herr Schmuck. Was denkst du, Charles? Ich habe gesagt, dass du dein Vater nicht kämpfst. Ich werde nicht gegen ein paar Horsen kämpfst. Aber ich habe keine solche Angelegenheit gemacht. Kommt. Ja. Arthur, wir müssen mit ihnen gehen. Und versuchen, die Dinge zu verletzten. Aber Ufer zieht er nicht genau dann immer aus, wenn wir mitgehen? Okay, junger Mann, leid die Weg. Die Horsen sind auf einem Boot hier in Van Horn. Ich habe einen Mann für uns da, mit einigen Kanuern. Wahrscheinlich, das kann man nicht tun, ohne jemanden zu töten. Natürlich. Was wird sein, wird sein. Insofern, erzähl mir über dieses Colonel Favors. Er ist ein Mann. Er und seine Regiment haben uns gefeiert. Alle die Junger haben von unserer Reservation genommen, und die Regiment haben. Viele Frauen, auch. Die alten sind weck und sick, aber sie sofort mitnehmen und von uns auszultern. Das Endeffekt heute. Du hast meine Worte über das. Ich weiß nicht, was mit den Indienern ist. Ja, Dutch, du kennst mich, wir schütten, die Leute brauchen schütten, wir schütten, die Leute brauchen schütten, sie brauchen schütten, sie brauchen schütten. Nicht das wieder. Es ist schon lange, seitdem wir jemanden helfen, und selbst du kennst das. Ich sagte dir, noise. Wir brauchen noise, Arthur. Noise. Und Faith. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Hör auf die Frage und denken. Hör auf einen Moment. Die Pinkertons haben Zeit, um zu verabschieden. Der Welt des Ziviles ist auf uns. Wer weiß, was noch Molly ihnen gesagt hat. Wir müssen nach einer Schlussfolgerung, jetzt. Klar, aber was das hier muss mit dem, was das? Ja, ein guter, ehrliches Konflikt zwischen der Armee und den Indienern, vielleicht wäre es nur die Verabschiedung, die wir brauchen. Wir töten zwei Pferden mit einem Stein. Cornwall, was fundiert die Pinkertons' Verabschiedung auf uns. Warum denkst du, dass ich mit ihm dealt? Mit Cornwall, der Regierung ist viel mehr möglich, die sie zu anderen Problemen. Especially, wenn es ein mehr Scandal gibt. Und dann können wir weg. Wie ich gesagt habe, wir brauchen nur diesen Geräusch. Und noch ein weiteres Spiel. Du kennst, ich bin zurück, für die Chance, die ich in der Schadig-Belle geflogen hatte. Und wir sind nahe, Arthur. Die Dynamite, die Kontrolle mit der Armee, war alles in diesen Pferden, die Micah gefunden hat. Ich habe ein Plan. Du musst mir einfach glauben. Und jetzt den Schatz im Silbersee oder was? Da ist Peta. Diese Männer, wie ich gesagt habe, können wir uns helfen. Ich habe die Knoe. Der Boot ist noch in der Channel. Gut. Das ist gut. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir brauchen diesen Pferden auf dem Berg. Ich denke, der beste Plan ist, dass da da nicht auf dem Berg, auf dem Berg. Und wenn wir Kontrolle, wir machen mit dem Berg, und fliegeln. Wir werden auf dem Berg. bevor jemand weiß, was passiert. Ich versuche nicht zu viel zu spüren, Arthur. Schade. Ich versuche nicht die Einheit. Sie sind nicht so, ist es. Ich werde es nicht zu spüren. Ich versuche nicht zu schüren. Das war's für heute, Arthur. Ich gehe zu Schrauben, okay? Ich werde zurück in ein bisschen. Oh, nicht wieder. Ich habe eine Schnitt von Goodhead all night. Ich werde in die Morgen in der Nacht. Ich werde in die Morgen in der Nacht. Just a deal, will ya? Oh, yes? Ich bin in. 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 Okay. Ich bin in. Ja. Anker, Anker, Anker. Es funktioniert? Ich weiß nicht wie es geht. Klar, spreng ihn in die Luft. Ich bin sehr mutig das auf dem Boot zu machen, möchte ich mal dazu sagen. Sie sind ziemlich schnell, Tutsch. Ich versuche es. Wir gehen nach diesen Rocken. Holden Sie! Was ist mit dir passiert? Sie sind gut da hinten? Ja, ich glaube so. Aber es gibt eine große Schraube in den Boot. Die Hörer sind spooked, und wir nehmen die Wasser. Sie sind weg! Sie sind weg! Sie sind der beste Piloten, die ich nie gesehen habe. Die Hörer sind verletzt. Wir brauchen eine Runde. Ich kriege diese vier, Arthur. Kannst du nach den anderen gehen? Ja, danke. Komm jetzt! Over hier, komm jetzt! Hier! Hier! Haben wir was für das Pferd? Nichts was Ausdauer... Nein! Okay. So, wie sieht's aus? Anweisungen? Alle voll fertig. Oh, seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur, oh, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of there. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Pardon, the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out of Fort Wallace. And when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rageful. Yes. Would you? Sure. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the other's Dutch's behaviors. I understand. Thank you, Arthur. We'll start with the other. So we can find out more, if we can find our best. We'll get into it, though. So probably a bit of a change. And all of the other things we'll be able to do. We'll get into it, so do we go ahead and also do that. We'll get into it. We'll start a little bit more, so we're going to see it. So we can see it all. So you're on a chase with them. We have a big problem, but it's definitely not a chase. We'll get into it. We'll get into it. Sondern ich mache dann ein bisschen privat jetzt noch jagen Damit wir den Trapper auch schon mal ein bisschen wieder aufgefüllt haben So, ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe es hat euch gefallen Bis zur nächsten Folge, ciao